Lisa, das ist Fatima. Sie wohnt jetzt gegenüber. Ihr könnt zusammen spielen. Okay, wir können rausgehen. Hast du Lust auf einen Cheeseburger? Nein, ich darf nichts essen. Warum nicht? Hast du keinen Hunger? Doch, aber ich faste. Was heißt das? Ich esse nichts von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Du bist krass. Ich könnte das nicht. Doch, Lisa. Du schaffst das. Versuch es mal einen Tag. Danach machen wir zusammen Ifta. Okay, ich versuche es. Fünf Stunden später. Oh Mann, ich sterbe vor Hunger. Ich muss noch eine Stunde warten. Dann darf ich wieder essen. Du hast es geschafft, Lisa. Guten Appetit. Danke, Fatima. Dir auch.